Wunderbar. So was Schönes habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Der Astronaut Steve West ist von seiner Raumfahrt zum Saturn zurückgekehrt. Doch irgendetwas ist schiefgegangen. Wenn unsere Ergebnisse richtig sind, funktioniert weder sein Verstand noch sein Gefühl. Wir müssen ihn finden, Ted. Je mehr Menschen er tötet, umso länger wird er leben. Steve West bringt eine grauenvolle Botschaft aus dem Weltall. Der Planet Saturn lässt schön grüßen. Doch diese Grüße sind tödlich für jeden, der sie erhält. Behalten Sie es für sich und erzählen Sie es nicht mal Ihrer Frau. Wenn Sie heute nach Hause gehen, hüten Sie sich vor Steve West. Denn die Begegnung mit ihm ist auch tödlich für Sie. Der Planet Saturn lässt schön grüßen. Wir sehen uns über die Begegnung. Wir sehen uns über die Begegnung. Vielen Dank.